Wenn Sie in den Genuss von 4K-Inhalten kommen wollen, dann ist der DigiPlus UHD-S die perfekte Ergänzung für Ihr UHD-TV-Gerät. Der Satelliten-Receiver verfügt über einen Twin-Tuner für DVB-S und S2 für das gleichzeitige Anschauen und Aufnehmen zweier verschiedener Programme. Die Aufnahmen können Sie dann ganz flexibel auf USB-Datenträgern oder im Netzwerk ablegen. Der DigiPlus UHD-S spielt zudem UHD-Videodateien aus dem Netzwerk oder von USB-Datenträgern ab. Der Receiver ist im Netzwerk als UPnP-Client und Server einsetzbar und wird so zu einer perfekten Multimedia-Zentrale. So streamen Sie Live-Inhalte auf ein Multimedia-Gerät mit dem passenden UPnP-fähigen Media-Player. Der smarte Receiver ermöglicht über die Isio-Internettechnologie Zugriff auf Mediatheken, Isio-Apps oder HBB-TV. Dank der Technisat Connect App steuern Sie den DigiPlus UHD-S ganz einfach. Nicht nur zu Hause, Sie können auch von unterwegs jederzeit auf den Receiver zugreifen, zum Beispiel um neue Aufnahmen zu programmieren. Im Lieferumfang sind neben dem Receiver folgende Komponenten enthalten. Eine Bedienungsanleitung, ein Netzteil zur Stromversorgung, ein HDMI-Kabel sowie eine Fernbedienung inklusive zwei Batterien. Nach dem ersten Anschließen ist der Receiver in nur wenigen Schritten einsatzbereit. Die Auto-Install-Funktion führt Sie bequem durch die erste Inbetriebnahme. Eine Erklärung zu jedem Bedienschritt sehen Sie auch im On-Screen-Menü. Wählen Sie zu Beginn die gewünschte Bediensprache und das Land aus, in dem Sie sich befinden. Wenn der Receiver über eine LAN-Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist, können Sie im folgenden Schritt verschiedene Datenschutzbestimmungen akzeptieren, um so die bestmögliche Netzwerkfunktionalität zu gewährleisten. Nach der Auswahl Ihres Bildschirmformates und des Empfangswegs gelangen Sie zu den Antenneneinstellungen. Hier können Sie nun den Receiver an die angeschlossene Antenne anpassen. Die aktuelle Software wird, sofern nicht bereits installiert, automatisch geladen. Die Aktualisierung der Programmliste wird vom Receiver auf Wunsch ebenfalls automatisch durchgeführt. Im Bereich Regionalprogramme können Sie sich für regionale Programmangebote verschiedener Hauptprogramme entscheiden. Im Anschluss führt das Gerät bei Bedarf eine Aktualisierung der Internetprogrammliste und der elektronischen Programmzeitschrift SFI aus. Das Gerät ist nun betriebsbereit. Über die OK-Taste der Fernbedienung können Sie alle verfügbaren TV- und Radioprogramme aufrufen und anwählen. Mit einer Verbindung zum Internet haben Sie über die ISO-Funktion des Receivers Zugriff auf ein großes Angebot von Videobeiträgen, Podcasts, Internet-Radio-Stationen und Online-Diensten. Oder nutzen Sie die HBB-TV-Funktion, die mit nur einem Knopfdruck Zusatzinformationen und die Mediathek des eingeschalteten TV-Senders aufruft. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem DigiPlus UHDS von Technisat.